So Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Scrap Mechanics Survival Bits. Heute kümmern wir uns mal wieder um unsere Farm und bauen eine neue Bewässerung. Das Ziel ist, eine skalierbare Bewässerung zu bauen, mit der wir mehr als 100 Felder auf einmal bewässern können. Also dann, fangen wir an. Der Undertaker Ihr erinnert euch vermutlich noch an meine alte Bewässerung mit zwei Pistons. Die geeignet ist für 5x5 Felder. Die ist zwar ganz einfach zu machen und funktioniert auch sehr gut. Aber ich habe es damals in meinem Video schon gesagt, sie skaliert sehr schlecht. Weil die einzige Möglichkeit, um daraus wirklich eine Bewässerung für mehr als 25 Felder zu machen, ist das alles nochmal zu bauen. Wenn es euch trotzdem interessiert, den Link zum alten Video habe ich euch oben in der Infokarte mal verlinkt. Und heute schauen wir uns mal an, welche Möglichkeiten wir noch haben, um diese Bewässerung so zu bauen, dass sie besser skaliert. Und für die Vorbereitung unserer neuen Bewässerung brauchen wir erstmal eine Farm. Wer montags auf Twitch bei mir reingeschaut hat, weiß, dass ich in den letzten Wochen schon eine klitzekleine Farm gebaut habe. Sie ist relativ schmal und dafür ziemlich lang. Um genau zu sein, 5 auf 20 Felder. Also 100 Felder in Summe. Und hier auf der Seite habe ich ein bisschen Platz für Technik. Allerdings möchte ich die Bewässerung so niedrig wie möglich bauen. Deswegen nehme ich hier jetzt noch ein bisschen mehr weg. Und auch hier diese Seitenverschalung. Was wir noch als Vorbereitung brauchen, ist natürlich eine Wasserpumpe. Dafür haben wir einen kleinen Steg, der bis zum Wasser führt. Ganz wichtig, baut von der Farm aus. Weil die Wasserpumpe und die Bewässerung müssen nachher an einem Gebäude sein. Wenn ihr jetzt von hier aus anfangt zu bauen, dann werdet ihr es nicht verbinden können. So, die Bewässerung ist relativ schnell gebaut. Wir nehmen Wassercontainer. Ich baue jetzt mal zwei Stück. Dann nehmen wir ein gebogenes Rohr nach unten. Dann bauen wir jeweils eine Pumpe an. Wir drücken E, dass der Pfeil vom Wasser aufwärts zeigt. Das heißt, sie pumpt. Dann setzen wir noch einen Schalter. Verbinden den Schalter mit den Pumpen. Und jetzt wird gepumpt, wenn wir einschalten. Soviel zu den Vorbereitungen. Für den Aufbau der Bewässerung selbst, habe ich hier mal das ganze Material zusammengesammelt. Wir brauchen einige Pistons. Und die brauchen wir jetzt auch als erstes. Wir brauchen selbstverständlich Wasserkanonen. Und zwar so viele, wie eure Farm breit ist. Also in meinem Fall fünf. Wir brauchen noch ein wenig Logik. Logik, ein Controller, zwei Sensoren, zwei Logic Gates. Und diese vier Blumentöpfe. Diese vier Blumentöpfe sorgen dafür, dass wir sowas wie eine Führung haben. Weil das Problem, wenn wir sechs Pistons aneinanderhängen, ist, dass die eventuell seltsame Dinge machen. Und auf diese Länge höchstwahrscheinlich durchhängen. So, für den Anfang suchen wir uns die Mitte der Felder. Die habe ich hier hinten schon mal markiert. Und daran bauen wir jetzt erstmal unsere Pistons. Jeweils ein Pisten. Dann ein Block. Sonst funktionieren die Pistons nicht. Wir wissen ja, dass wir keine zwei Pistons aufeinander bauen können. Und damit haben wir dann schon mal das Grundgestänge, das nachher ausfahren soll. Sieht jetzt ein bisschen wild aus. Ich mache jetzt mal einen Schalter dran. Um auszuprobieren, ob es soweit schon mal funktioniert. Nicht, dass ich da Zweifel dran hätte, aber sicher ist sicher. So, beim ersten Test seht ihr, die Pistons sind alle auf Level 1. Das heißt, 7 ist die Maximallänge. Das heißt, wir müssen die alle noch ein bisschen leveln. Dass wir auch tatsächlich die ganze Länge schaffen. So, können wir jetzt wieder einfahren. Dann sind wir wieder ziemlich kompakt. Und hier sehen wir auch schon, warum ich wirklich ganz, ganz dringend eine Führung bauen möchte. Weil es wackelt jetzt schon sehr, sehr unangenehm. So, dann bauen wir uns hier einen kleinen Schlitten, der natürlich so breit ist, wie die Farmen. Und da kommen dann auch schon die Blumentöpfe zum Einsatz. Das heißt, wir nehmen jetzt die B-Rings. Ich glaube, wir probieren es jetzt erstmal mit zwei Blumentöpfen. Und die führen dann das ganze Gestänge, sodass es schön sanft und absolut entspannt darüber rollen kann. Ohne, dass es irgendwie durchhängt. Und es funktioniert doch schon ganz gut. Man könnte hier natürlich auch Räder nehmen. Aber Blumentöpfe sind eine, meiner Meinung nach, sehr günstige Alternative zu Rädern. Wenn man kein Bienenwachs oder sonst irgendwelche exotischen Materialien dafür braucht. So, dann montieren wir unsere Wasserkanonen. Und die setzen wir jetzt schön nebeneinander. So, dass sie alle über den Mitten von den Feldern hängen. Und damit können wir dann bewässern. So, und jetzt sehen wir schon. Das hängt hier doch ein bisschen durch. Wir werden wahrscheinlich um die zweiten Räder nicht rumkommen. Dann erweitern wir den Rahmen hier nochmal. Und bauen die anderen Blumentöpfe an. So, jetzt hängt das natürlich schon ein bisschen durch. Dann müssen wir eventuell mit der Hebebühne ein bisschen anheben. Und können dann die Räder oder Blumentöpfe ganz entspannt ansetzen. So, nächster Test. Wunderschön. Das sieht doch schon mal gut aus. So, diese Pumpen verbinden wir jetzt gleich noch mit den Wasserkanistern. Und dann könnten die prinzipiell schon mal bewässern. Tun sie aber noch nicht. Weil die ganze Logik fehlt. Für die Verkabelung und den logischen Teil habe ich schon mal ein bisschen vorbereitet. Hier haben wir Platz für unseren Controller. Und unsere beiden Logik-Gates. Außerdem habe ich hier hinten einen Einschnitt gemacht und einen Sensor reingesetzt. Der ist als Switch konfiguriert mit einer Reichweite von 1. Das heißt, wenn hier was reinkommt, dann reagiert er. Auf der anderen Seite habe ich auch so eine Aussparung. Warum das so ist, werdet ihr gleich sehen. Wir brauchen natürlich einen Trigger, damit diese ganze Geschichte hier weiß, wann sie überhaupt wässern soll. So, dafür machen wir hier einen kleinen Stängel dran. Dieser Sensor, der unten dran kommt, ist als Button konfiguriert. Mit Reichweite 1. Und er reagiert jedes Mal auf diese Blöcke hier. Das kann sein, dass es bei euch anders bemessen werden muss. Bei mir ist es jetzt so, dass dieser Sensor genau eins vor der Pumpe hängt. Das heißt, wenn hier getriggert wird, wird dieses Feld bewässert. So, auf der anderen Seite machen wir auch einen kleinen Zapfen nach unten. In meinem Fall 3 lang. Und dann sehen wir schon, wie der ganze Schlitten später einigermaßen aussieht. Die Verkabelung ist identisch mit meiner ersten Bewässerung. Das heißt, wir haben hier ein erstes Logic Gate, das ein XOR ist. Das zweite wird ein End. Wir verbinden den Switch mit dem XOR Gate. Und auch diesen zweiten Sensor hier mit dem XOR Gate. das bedeutet letztlich, dass dieses Gateway nur dann triggert, wenn einer der beiden Schalter aktiv ist. Das heißt, der Sensor hier hinten fungiert dann nachher als Ausschalter und verhindert dann, dass auf dem Rückweg nachher alles auch noch mal getriggert und bewässert wird. Dieses XOR Gate verbinden wir mit dem Controller und diesem Controller mit den Pistons. Die Pistons werden alle im ersten Schritt auf die Maximallänge ausgefahren. Das heißt, der ganze Schlitten fährt dann bis zum Ende des Feldes und sollte dann auch wieder zurückkommen, wenn der Sensor getriggert wird. Das funktioniert soweit schon mal gut. So, jetzt müssen wir noch die Logik aufbauen, mit der bewässert wird. Dafür verbinden wir das XOR Gate mit dem Endgate und unseren kleinen Hier sollst du bewässern Sensor auch mit dem Endgate. Und dieses Endgate verbinden wir jetzt mit allen Wasserkanonen. Und damit sollte das Ganze auch schon funktionieren. Wir drücken den Schalter. Der Schlitten fährt vor, bewässert, stößt hinten an und fährt wieder zurück. Das ist die ganze Magie. Wir haben unsere neue Bewässerung. Das Schöne an der Bewässerung ist, sie skaliert wesentlich besser. Ihr habt dafür generell zwei Möglichkeiten. Entweder ihr verbreitert euer Feld und ergänzt dann einfach neue Water Cannons oder in meinem Fall ich baue hier hinten wahrscheinlich dann noch einen zweiten Schlitten und verbinde es mit der gleichen Logik. Oder die andere Möglichkeit ihr verlängert euer Feld müsst dann allerdings auch mehr Pistons einsetzen oder die vorhandenen einfach noch mehr leveln. Ihr dürft bei der Skalierung nicht vergessen dass ein Wasserkontainer maximal 100 Wasser enthalten kann. Wenn ihr also das zweite Feld auch noch anbinden wollt und bewässern dann nehmt ihr am besten den zweiten Wasserkanister so dass ihr immer 100 Felder mit einem Wasserkanister bewässert. Und damit wäre die Bewässerung unserer neuen Farm soweit gebaut und wir können uns in anderen Videos darum kümmern wie wir automatisch pflanzen und ernten können. Freut euch drauf und bis dahin macht's gut bis zum nächsten Mal